Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende. Wir haben die nächste Woche am Laufen und das mit welchen Voraussetzungen? Der DAX immer noch ganz schön schwach, aber besser als die Unterseite, die wir bisher eigentlich so voraussetzen, dass er die eigentlich noch zumindest mal statistisch typischerweise erreicht. Also ein bisschen tiefer müsste es dementsprechend noch gehen. Also da ist noch ein wenig Platz da. Ja, schauen wir es uns an. Eigentlich wäre die Zone so ein bisschen orientiert an der Tiefmarke hier, 7. Juli. Das ist also etwas, was nicht so untypisch ist, kann aber auch ein bisschen tiefer sein. Wir hatten das beste Beispiel nochmal ganz kurz für diejenigen, die das gar nicht so mitbekommen haben. So eine Geschichte A, B und danach C, wobei dieser Punkt eben ein bisschen tiefer ist als das, was wir da haben. Ungefähr die gleiche Höhe, aber auch gerne ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir hier A, B, C, wobei dieser Punkt gerne ein bisschen auf diesem Niveau sich orientiert. Das muss nicht exakt dieses Niveau sein, das darf ein bisschen tiefer sein. Und das ist dann diese Geschichte. Also das ist ein klassisches Korrekturmuster. Das ist ein Flat-Verhalten. Oder in dem Fall für diejenigen, die das begrifflich kennen, Double Sideways. Double Sideways ist hinten immer dreiwellig und dementsprechend allerdings trotzdem die Orientierung irgendwo in dem Bereich. Wir müssen allerdings sagen, wir haben alles gesehen, was wir mehr oder weniger müssen. Wir sind mehr oder weniger da angekommen, wo wir wollten. Aber es darf noch weiter nach unten gehen. Also von wegen dürfen, das muss ich immer mal erklären. Das darf noch im Rahmen dieses Verhaltensmuster nach unten gehen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, der Kurs muss da zwingend hin. Der Kurs verhält sich, der kann immer mal alles machen. Das klingt immer sehr eigenartig, wenn man das sagt. Ja, warum gucke ich mir dann diese blöden Videos hier an, wenn er dann doch eh alles machen kann. Er kann tatsächlich alles machen. Typischerweise zeigt er aber Verhaltensmuster, die eben häufig vorkommen. Das kennen wir von unseren Mitmenschen. Du kannst auch nachts um vier Mittag essen. Typischerweise ist es aber mittags gegen zwölf. Ja, bei Schwaben kurz vor zwölf, bei den anderen vielleicht kurz nach zwölf. Aber man hat eine Orientierung. Und es ist durchaus sinnvoll, wenn man seine Handelsentscheidung fällen muss, dass man dann sagt, wovon kann ich denn klassischerweise ausgehen? Wenn ich schon keine Ahnung habe, wie die Zukunft weitergeht, und das haben wir alle nicht, auch wir Charttechniker, wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir wissen, was typische Verlaufsformen eben sind. Und diese typischen Verlaufsformen, da sind wir so ziemlich am Ende dieser Geschichte mit Chance, noch ein bisschen weiter runter zu gehen, nur nicht mehr tiefer als die Geschichte hier unten. Also 15.100 möchte ich eigentlich nicht mehr sehen. Das eröffnet dann wirklich tiefen Richtung 14.000 irgendwo was. Bisschen höher, ein bisschen tiefer. Da würde ich jetzt aber im Moment noch nicht drüber reden wollen, solange wir noch oberhalb sind. Wir wissen, das ist eine mögliche, sinnvolle Stopp-Marke, um zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt gegen noch deutlich mehr schützen. Alles, was oberhalb ist, droht bald, das Tief zu sein und dann gegebenenfalls doch noch nach oben abzuprallen. Ob ihr jetzt der Meinung seid, aber ja, vom Markt her, der muss doch nach unten. Oder ob ihr sagt, ach, hier, hör mir auf, der muss doch nach oben. Das ist eine individuelle Einschätzung. Ich persönlich gebe auf individuelle Einschätzung gar nichts, inklusive meiner eigenen. Ja, man kann dazu eine Meinung haben, nützt aber ja nichts, wenn ich eine ganz tolle Meinung habe, wenn die anderen Marktteilnehmer das aber nicht wissen, was ich für eine Meinung habe, ja, dann machen die das am Ende anders und das wird dann doof. Aber eine Orientierungshilfe ist, dass wir jetzt beobachten, was macht er in diesem Bereich. Naja, idealerweise noch ein bisschen tiefer, hätte ich mir jetzt gewünscht, dann hätten wir nämlich sagen können, jetzt hat er es wirklich gesehen. Im Moment ist er ein bisschen zu früh, das geht aber auch, hat aber eine etwas geringere Wahrscheinlichkeit, dann richtig zu liegen. Aber wenn dieser Anstieg jetzt super aussieht, dann kann man eventuell schon sagen, da kann man doch was draus machen. So, und jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir hier auf der Seite haben. Also all das, was wir hier haben, das gucken wir uns jetzt an. Und ihr seht das hier im DAX-Index, bleiben wir mal kurz beim Index, dann können wir nochmal zum Future rüber wechseln. Der Anstieg, der hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ja, also der Anstieg hier, das ist doch wie eine Wucht. Das ist doch Kaufwillen. So sieht das aus, wenn die Leute sagen, ach komm hier, stellt euch nicht so an, jetzt geht's los. Was wir jetzt bräuchten, wäre eine Korrektur. Und diese Korrektur sollte idealerweise dreiwellig aussehen. Oder wenn nicht dreiwellig irgendwie was mit Überschneidung haben. Das mit Überschneidung hat im Moment noch gar nicht geklappt. Jetzt könnte man sagen, aber könnte das nicht dreiwellig sein? Ja, aber es sieht halt so aus, als ob es eher sogar noch weiter in die Richtung geht. Sprich, wir sind nochmal auf der Abwärtsseite. Für die Profis unter euch, dann hätten wir hier eine Korrektur, hier eine Korrektur und dann doch mal das. Wäre eine Seitwärtskorrektur und es würde sich noch ein letztes Mal vielleicht fortsetzen. Halte ich für sehr realistisch, aber da können wir jetzt drüber raten. Es ist jetzt das eine oder andere, das hilft mir nur als Trader nichts, weil mit Raten funktioniert das Ganze nicht. Wir wollen ja nicht raten, sondern wir wollen gucken, was macht der? Frage an das Rate-Team. Jetzt sind wir doch beim Raten. Dann sieht das hier in der Abwärtsbewegung stark nach unten aus oder sieht das aus, nee, nee, das ist die schwache Seite. Der erholt sich gleich bestimmt und geht nach oben. Also ich würde jetzt im Moment überhaupt keine neue Long-Position eingehen. Nochmal zur Erinnerung, wer Long ist im großen Bild, hat ja bis zur 15.100er Marke erstmal keine Sorgen. Also Sorgen vielleicht schon, aber das muss man aushalten. Ansonsten hätte man hier oben rausgemusst, wie wir das früher dann ja mal gesagt haben. Also entweder früh raus hier oben oder eben das Ding aussitzen, dann aber die Stops hier unten runter. Alles dazwischen ist aus meiner Sicht charttechnisch überhaupt nicht sinnvoll, weil wir sind jetzt schon fast am Ziel. Wer jetzt dann da aufgibt, der hätte es hier oben machen sollen oder aussitzen auf die Hoffnung, dass der Kurs jetzt tatsächlich bald dreht, wofür die Chancen nicht schlecht stehen. Keine Garantie, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Noch hat er aber nichts Bullisches hier gezeigt, außer diesen ersten Anstieg hier. Aber dann hätte das korrektiv sein müssen und das gefällt mir aus Korrektivsicht überhaupt nicht. Gucken wir mal, wie es beim Future aussieht, ob das da vielleicht besser ist. Und im Future-Handel haben wir ja noch so ein bisschen die außerbörslichen Handelszeiten drin und dann seht ihr, äh, du Rüdiger, das ging ja nach oben, aber das sieht doch mehr als dreiwellig aus. Und wir haben ja gelernt, dreiwellig ist nicht die richtige Richtung. Und jetzt ist der Kurs wieder so, dass der hier überschnitten hat mit der Geschichte. Das spricht doch sehr für die Abwärtsseite. Ja, in der Tat. Also spätestens, wenn man die Future, also die außerbörslichen Zahlen mit hinzuzieht, dann wird einem das klar. Wenn man sagt, nee, nee, Rüdiger, ich gucke noch im Index, Future habe ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht, dann hat man hier aber auch nicht irgendwie was Korrektives und demnach auch nicht wirklich einen guten Einstiegspunkt, um dann eventuell auf die Longseite zu wechseln, denn ihr wisst, auf diesem Zwischenhoch steigt man ein. Und dieses Zwischenhoch hier wäre zwar ein Zwischenhoch, das Problem ist nur, der ist ja einen Kilometer entfernt und ich möchte nicht, dass diese Korrekturen so ungleichmäßig aussehen, abgesehen davon, dass die Chance, dass er das überhaupt gar nicht mehr erreicht, relativ groß ist und er dann sogar fünfwellig mit Korrekturen, die sich eben nicht überschneiden, hier nochmal bewegt. Also insofern, all das, was ich im Moment beim DAX sehe, sowohl beim Future als auch beim Index, gibt mir den Eindruck, ja, nice try, finde ich ja schön, dass ihr es versucht. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Marktteilnehmer sagen, ja, aber vielleicht reicht es schon. Das ist durchaus ein Zeichen von Schwäche. Das sagt nämlich, dass die Marktteilnehmer sagen, können wir schon, können wir schon, ach nee, wahrscheinlich doch noch nicht. Aber sie versuchen es immerhin. Wir hatten auch schon Fälle, wo sie gesagt haben, wir versuchen es nicht mal. Also insofern, das ist ein gutes Zeichen, aber all das, was der DAX aktuell zeigt, ist für mich noch nicht wirklich ein Zeichen, hier auf der Long-Seite wieder neue Positionen aufzubauen. Ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht. Was würde ich dann für den Nachmittagshandel mir angucken? Naja, da gehen wir nochmal um den Future-Handel. Das wird wahrscheinlich die meisten dann eher betreffen. Für mich wäre jetzt im Nachmittagshandel was spannend, oder vielleicht Abendhandel, wenn wir irgendwie was bekommen, was so aussieht, dann hätten wir wieder dieses klassische fünfwellige Verhalten. Das wäre nicht so atypisch. Dass der Markt sich irgendwie so verhält und dann korrektiv nach oben, ich habe es gesagt, dreiwellig oder so wackelig wie hier, dann habt ihr ein Zwischentief und dann nochmal Short. Muss ja nicht für die Ewigkeit sein, der Short, aber die Länge, die ihr vorne habt, da hinten nochmal und wir erwarten ja, dass wir nochmal ein bisschen tiefer da gehen, halte ich für relativ realistisch. Beim DAX Index und der Future dann ebenfalls da nochmal ein bisschen schwächer zeigen, wäre eine ganz gute Voraussetzung. So, kommen wir zum Dow Jones. Das war ja das Sorgenkind der letzten Woche und da gab es den einen oder anderen Kommentar, Mensch, wie soll ich denn sowas traden? Letzte Woche sagst du mir noch 38.000 und jetzt habe ich letztens von 31 gesprochen oder was es war, als Marke, das kannst du ja gar nicht traden, sowas. Das ist völlig richtig. Diese Aussagen sind nicht fürs Traden gedacht. Das ist für euch eine Einschätzung, damit ihr wüsst, in welche Richtung ihr euch orientiert. Ich kann kein Trading-Signal, ein generelles hier für alle, den mit niedrigem Risiko, den mit hohem Risiko, den mit was weiß ich was, mittlerem und so weiter, hier in so einem Video reinfragten, abgesehen davon, dass das rechtlich sehr fraglich ist. Und es ist für mich kein Handelssignal. Ihr dürft nicht vergessen, meine Einschätzung, dass der Markt in die Richtung geht, ist nicht, dass ich jetzt in dem Moment long gehe. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ihr wisst, wann ich long gehe oder wenn ich short gehe. Ich gehe long, wenn er sowas macht und sowas macht und an der Stelle. Wir haben es häufig diskutiert. Das ist für mich ein Long-Signal. Auch das hier war eine Long-Signal, nämlich nachdem er hier nach unten gegangen ist und korrektiv nach unten gegangen ist. Darüber haben wir aber damals schon gesprochen, über diese verschiedenen. Das sind für mich Long-Signale und ich kriege auch wieder ein Long-Signal, das ich euch dann auch gerne vorstelle, entweder in dem Video, aber natürlich im Born for Trading oder im Trade des Tages auf Finanzmarktwelt kriegt ihr ja ausgesuchte Situationen, die ich im Born for Trading, da gibt es ja ganz viele Trades, die ich euch zeige, wie wir sie machen. Ob ihr die dann so macht, das müsst ihr dann selber wissen. Das ist ja nicht die Aufgabe der Geschichte, sondern es geht mir ja darum, dass ihr versteht, was der Markt aktuell macht. Und wenn ich sage, im Moment sieht das nicht danach aus, als ob der Markt aktuell auf die 38, sie hat jetzt gewechselt, dann sollte man sich überlegen, finde ich dann meine Long-Position noch attraktiv, wenn ich weiß, ich muss damit rechnen, dass ich hier eventuell hinfalle. Wenn mir das nicht gefällt, dann muss ich eben mit den Stops arbeiten und dann gehe ich halt hier raus, weil ich Sorge habe, dass das hier noch passiert. Also, dass ihr das richtig versteht, das Video ist nicht eine Anleitung, hier komm, kannst du mal für alle gültig hier im Markt, ihr müsst jetzt alle nach links, ihr müsst jetzt alle nach rechts, alle jetzt einsteigen oder aussteigen hier in den Markt. Das ist weder sinnvoll für den Einzelnen, weil die Risikoeinstellungen, die Geschwindigkeiten, mit denen ihr handeln wollt, ja völlig unterschiedlich sind. Da kann ich ja keinen Rücksicht drauf nehmen, weil ich ja euch nicht im Einzelnen kenne. Deshalb ist das, was ich jetzt sage, an diesen Videos, deshalb heißt es ja auch Update am Nachmittag, so sagen wir das zumindest dazu, dass man weiß, wie ist denn die Einstellung aktuell? Und die hat gekippt. Bis vor kurzem, tatsächlich galt für mich die 38.000 als optimal. Wissend, dass wir Rücksetzer hinnehmen müssen, wissend allerdings auch, bis wie weit die Rücksetzer gehen dürfen. Ein Rücksetzer war eben das Zwischenhoch, was wir hier hatten, Mitte Juno. Da habe ich gesagt, solange wir oberhalb bleiben, bin ich völlig super, das ist gar kein Thema. Allerdings, wenn er da drunter geht, gefällt mir das nicht mehr. Das heißt, der Standardmarkt, der Dow-Markt sozusagen, also alle Dow-Titel, da muss man sich jetzt überlegen, plant man wirklich noch auf deutlich höhere Kurse oder nimmt man nicht Gewinne mit, die man da drin hatte. Also in der Hoffnung, dass ihr das damit ein bisschen besser versteht, was die Intention ist, ich denke, es ist nachvollziehbar. Ich kann nicht jetzt natürlich hier sagen, so jetzt geht mal alle hier long oder short und dann sagt der andere, wie jetzt, da muss sie so lange warten. Und der andere sagt sich, öh, das lohnt sich ja gar nicht. Das muss ja jeder selber wissen. Da kann ich euch einzelne Trades von uns natürlich gerne vorstellen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber das waren ja hier kein Trade. Ein Trade, wisst ihr, wie das in etwa aussieht. Dafür muss es, so ein bisschen so ähnlich wie hier, Schub hoch, wackele ich runter. Das ist eine Trading-Situation. Jüngst hätten wir eine Trading-Situation, ähnlich beim DAX ja, wenn der Markt nach der relativ steilen Flanke, über die Details intern, kann man sich noch wundern oder ärgern. Aber das kann ja auch sein, dass er hier nochmal ein bisschen weiterfällt. Aber nach so einer starken Abwärtsbewegung, wenn er hier wackelig hochkommt, dann ist das für uns ein tendenzieller Short-Trade. Denn wir haben dann eine starke Seite, eine schwache Seite und wir wollen immer in der starken Seite unterwegs sein. Wir haben kein Interesse an der schwachen Seite. Wir wollen immer nur das, was stark aussieht. Nun, jetzt gucken wir uns doch mal an, hier im 4-Stunden-Chart hatten wir doch so ein bisschen eine Aufwärtsbewegung wieder. Die macht doch Mut. Jetzt habe ich so schlecht gesprochen vor dem Wochenende über den Markt und jetzt, der kommt doch wieder. Was willst du denn? So hatte ich das vorhin gedacht. Allerdings hat er ja in den letzten Stunden, zwei Stunden hier dann doch gezeigt, nee, nee, wir haben keine Lust. Und sind wir ganz ehrlich, das ist so ähnlich wie beim DAX Future. Spätestens, wenn er an der Marke ist, dann überschneidet er, da wird man dann schon, was soll das? Und wenn er hier durchgeht, dann wird das ja noch schwieriger. Also es gibt im Moment keine wirklichen Anzeichen für die Long-Seite. Für Long würde er mich höchstens überzeugen können und im Moment sehe ich das gar nicht. Wenn er sowas macht, anschließend korrektiv nach unten, dann haben wir eine starke Seite nach oben, eine schwache Seite nach unten und das ist gut. Und wenn immer ihr sagt, ich sehe, ich erkenne das häufig nicht, weil das höre ich häufig, ich erkenne das häufig nicht. Genau. Ich auch nicht. Ganz häufig erkenne ich das nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Hier ging es noch einigermaßen, hat man gesagt, na gut, hier war eine Pause, zack, hier war eine Pause und dann das. Das ist dieses Fünffällige, von dem immer alle reden. Das war so eine starke Bewegungsrichtung. Anschließend müsste es in irgendeiner Form korrektiv gewesen sein. Da wird mancher sagen, ja, das war doch einigermaßen korrektiv. Und die eigentliche Überlegung ist, dass sich die starke Richtung nochmal fortsetzt. Da kann man sich natürlich hier darüber streiten, wie das ist. Auf der anderen Seite auch hier. Starke Richtung war das und danach die nächste Richtung war das. Überlegt euch, welches ist die stärkere Richtung? Dann wisst ihr in etwa, in welche Richtung ihr vorzugsweise handelt. Und das ist dann eben die Richtung, in die der Markt sich gerne entsprechend nochmal fortsetzt. Also das ist nur eine Art Filter. So sind diese Beiträge zu verstehen, damit ihr sagt, okay, ich weiß jetzt, in welche Richtung ich vorzüglich gucken muss. Deshalb kann man auch zwischendurch mal die Gegenrichtung handeln. Aber wenn ich weiß, das ist die Gegenrichtung, dann nehme ich da auch schneller Gewinne wieder mit, beziehungsweise ich ziehe den Stop etwas enger hinterher, weil ich damit rechnen muss, dass die eigentliche Marktrichtung dann wieder aufgenommen wird. So zum Beispiel hier bei der Geschichte, die wir aktuell haben und dem Gesamtbild, dass der Dow Jones es im Prinzip versaut hat. Der hat sein Bild als rein bullischer Markt selber kaputt gemacht. Die Marktteilnehmer natürlich. Nicht der Dow Jones, der kümmert sich gar nicht. Der zeigt ja nur die Werte an, was die Marktteilnehmer kaufen oder verkaufen. Und die Marktteilnehmer verhalten sich so, als ob sie aufgegeben haben. Also wir erkennen an dem Verhalten, nee, die haben keine Lust mehr. Die können nicht mehr. Beim Fußball würde man sagen, stehen K.O. Oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Aber der Kampfwille ist weg. Bis dahin waren alle, ja, die Hände gespuckt, da wird nochmal und sowas interessiert uns nicht. Rücksetzer, da machen wir gerade nochmal weiter. Das ist durch. Du siehst in den leeren Augen der Spieler, da passiert heute nicht mehr viel. Und das ist das, was wir hier im Prinzip am Markt haben. Hier haben die Marktteilnehmer, die haben gesagt, nee, das ist uns zu heiß. Nur so ist das Ganze zu verstehen. Und wenn die keinen Einsatz mehr zeigen, wenn die anderen das nicht und ihr nicht marktbewegend seid, wenn ihr den Markt nicht um tausende Punkte nach oben kaufen könnt, die anderen es offensichtlich aber nicht wollen, dann mache ich halt mit den anderen mit auf der Short-Seite. Nützt ja nichts. Dann muss ich meine Richtung drehen. Das ist halt so. Da kann ich noch so sehr sagen, ja, aber du hast doch auf 38.000 gesagt. Ja, so sah es ja auch aus. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, völlig richtig. Ja, ja, doof. Schade, weil es immer am einfachsten nur eine Richtung und dann nie wieder drauf gucken. Aber ist doch schön, die zeigen es ja. Ist ja nicht so, dass das jetzt ein Geheimnis ist. Die Marktteilnehmer zeigen, ja, du mit dem Bock, wir haben uns das anders überlegt. Ja, wir machen Couch-Potato, da passiert jetzt gar nichts mehr großartig. Na gut, dann macht man da halt mit oder geht halt ganz rauf. Also sprich, die Short-Seite muss man dann halt machen und notfalls muss man seine Richtung drehen. Mein Tipp, so machen wir es bei den Einzelaktien. Wenn der Index jetzt hier sagt, sieht doof aus, schließen wir nicht alle unsere Long-Position. Denn einzelne Aktien, viele von euch, die das mitverfolgen von den Trades, die wir da auswählen, die laufen ja immer noch, warum auch immer. Keine Ahnung. Also wir haben einige Long-Trades, die hervorragend laufen, obwohl der Markt hier nach unten geht. Aber da ziehe ich vorsichtshalbe den Stop hinterher, weil ich dem Markt nicht so richtig traue. Da kann man dann nicht sagen, ah, da passiert gar nichts. Solange sie laufen, sagt es den Leuten nicht. Dann kaufen die vielleicht noch. Aber da weiß ich, naja, wenn der Gesamtmarkt jetzt nicht mehr will, dann müssen das im Moment sehr starke Aktien sein. Da freuen wir uns drüber. Da müssen wir nicht ermaueln. Aber wir müssen damit rechnen, dass die früher oder später drehen. Und bei einigen bedeutet das dann halt immer noch tolle Gewinne, weil nachgezogen und andere sind nicht weit genug gelaufen. Da machen wir dann so ein bisschen Minus halt. Das passiert halt auch. Das gehört mit dazu. So, aber ich will mich nicht zu lange daran festkauen. Mehr oder weniger könnt ihr euch merken. Aktuell der Markt, wenn ihr euch das anschaut. Ich muss es nicht mal, viele, ja, ich kann es noch mal groß machen hier. Weil viele sagen, dann können wir die Zahlen etwas besser lesen. Aber eigentlich kommt es gar nicht auf die Zahlen drauf an. Ich meine, diese Levels, die muss man halt sehen. Das ist kein impulsives Verhalten. Das ist dreiwelliges Verhalten, ist korrektives Verhalten und reizt dazu, zur Not hier an der Stelle sogar eine Short-Position zu machen. In Fortsetzungserwartung, dass wir auch das hier wieder sehen. Ja, also was dreiwelliges, zwischentief getriggert, da könnte man sich noch überlegen, den oder den. Im Rahmen des Trendkanals, würde ich aber sagen, kann man im Zweifel, also er ist nicht sauber einzeichnenbar. Weil entweder ist der Trendkanal unten super, hervorragend. Oder er ist oben super, hervorragend. Aber es passt halt nicht beides zusammen. Eigentlich interessiert mich mehr die Unterseite, deshalb finde ich den hier eigentlich ganz gut so. Aber, hm. Also, ich finde das durchaus einen akzeptablen Short-Einstieg, wenn man da eben rein muss. Und wenn ihr sagt, nee, das sind wir vorher sagen müssen, das Prinzip gilt immer. Wann immer ihr auf den Chart guckt und ihr seht eine starke Bewegungsrichtung und ihr seht irgendwas, dreiwellig in die Gegenrichtung geht und ihr triggert das Zwischentief. Es ist nicht die blödeste Idee, in die starke Richtung weiterzugehen. Das muss nicht immer Kilometer noch laufen, das muss nicht immer das Beste sein. Das wird euch nicht immer nur ausschließlich Gewinne geben. Aber ihr liegt damit eindeutig auf der besseren Seite, wenn ihr wisst, die eine Seite ist relativ stark, die andere Seite ist relativ doof, ja, dann macht doch so. Ja, also ist jetzt keine Einladung, ihr müsst hier unbedingt shorten. Ihr könnt ja auch gerne mal einen Trade weglassen, wenn euch das nicht geheuer ist. Aber ihr habt damit einen Vorfilter, um zu sagen, okay, was machen wir denn da? So, und wenn ihr den verpasst habt und euch jetzt ärgert, ärgert euch nicht. Der wird früher oder später, so sicher wie das Arme in der Kirche, wird der irgendwie so was machen. Und dann wüsst ihr, ach ja, hat er ja gesagt, dann versuche ich da eben short. Und dann habt ihr mindestens eigentlich klassisch, dass er da nochmal drunter geht. Wenn das die erste Welle ist, das ist es nicht, weil der Kurs kam ja schon von oben. Aber nehmen wir mal an, es ist die erste Welle, dann ist sogar die gleiche Länge hier hinten nochmal. Das heißt, dann geht es tief. Aber ansonsten wisst ihr immerhin, von da bis da habe ich eine gute Voraussetzung. Und wenn ihr dann irgendwie den Stop schon hinterherziehen könnt, bis zu diesem Mindestziel, dann habt ihr schon mal auf jeden Fall nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um das Ding zu handeln. Und was machen wir jetzt, wenn der Kurs aber nicht wackelig hoch geht, sondern so? Nix. Es gibt ja auch keinen Trigger. Wo soll ich denn da short gehen? Wo ist das zwischentief? Sehe ich nicht. Und wenn er dann so was macht, ja, dann ist, interessiert mich das überhaupt nicht, dass ich short gehen wollte, weil die Marktteilnehmer interessiert das nicht. Starke Seite, schwache Seite, Einstieg. und weil das dann die erste Welle ist, ist die Erwartungshaltung, dass das nochmal passiert, plus x. Da wird dann neu verhandelt. Also hier wird neu verhandelt, ob der Kurs dann dreht. Aber bis dahin haben wir gute typische Voraussetzungen. Ich muss das nochmal betonen, typische. Das ist nicht zwingend, dass er das erreicht, aber das ist so häufig, dass man sagen kann, Mittagessen, wenn mich jemand zum Mittagessen einlädt, dann klinge ich nicht nachts um vier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird wohl irgendwie zwischen elf und 14 Uhr sein. Gehen wir mal von zwölf Uhr aus. Ich liege falsch, weil die machen erst um halb eins. Aber wir haben es ziemlich in der Richtung schon mal. Ich hoffe, dass das klar ist. Charttechnik ist nicht irgendwie Magie. Viele glauben immer, ja, und dann muss man hier, nee, ist nicht Magie. Das ist einfach nur, was ist typisches Verhalten und ich orientiere mich am typischen. Und häufig genug liege ich mit dem typischen falsch, ja, aber eben mehrheitlich liege ich richtig. Und genau das ist Traden. Auf sehr simplen Punkt jetzt gebracht. So, ich glaube, das ist jetzt nachvollziehbar. Das kann ich jetzt noch eine Stunde wiederholen, aber die meisten langweilen sich eh und sagen, es wird fertig und jetzt sag noch was zum S&P. Da haben wir auch eine Aufwärtsbewegung, aber was soll ich euch erzählen? Das sieht schon sehr unmotiviert aus hier mit Überschneidung. Ich mache es nochmal weg im Fünf-Minuten-Chart. Schaut euch diese Aufwärtsbewegung an, diese hier. Ist das eine gute oder eine schlechte? Runter, runter, der ist tiefer als das. Das überschneidet doch überall. Da sieht man doch schon, die haben keinen Bock. Ja, dann zwingen sie halt auch nicht. Wenn die anderen nicht wollen, ja, dann ist ja okay. Sogar trotzdem hat der Mark gesagt, nach der Geschichte setzen wir uns nochmal fort. Aber das fand ich nicht, also da wäre ich nie hier long gegangen, weil die hier vorne ja schon keinen Bock haben. Deshalb war es hier hinten auch verhältnismäßig kurz. Jetzt hier hinten sieht es auch nicht so richtig doll aus, also aktuell bin ich da noch einigermaßen zurückhaltend, was das Ganze angeht. Die größte Hoffnung wäre, dass das, und da kommen wir jetzt zu Sonderfällen, nur dass ihr das mal gehört habt. Wir sind bei Sonderfällen vorsichtig. Die handeln wir einfach nicht. Es wäre denkbar, dass das ein Leading ist. Leading sehen nämlich so hässlich aus. Da haben sie am Anfang noch keinen Bock, aber später sagen sie, naja, im Nachhinein war es doch ganz gut. Aber dann bin ich halt auch vorsichtshalber weg. Da gehe ich auf eine andere Party, wenn das so doof schon anfängt, weil die Gefahr, dass es nicht so wird, ist einfach zu groß. Die Hoffnung wäre jetzt, wir bekommen hier eine Seitwärtskorrektur, erinnert euch, das darf höher liegen als das, und anschließend kriegen sie hier den Rappel und laufen nach oben. Ich kann das nicht ausschließen. Aber die Chancen dafür, dass das so eine Situation ist, liegt bei 15%. Natürlich kann das passieren. 15% ist nicht so schlecht. Aber ich gehe doch nicht freiwillig. Nein, nein, die Chance dafür ist nur bei 15%. Aber ich mache es trotzdem mal. Das ist bestimmt das Richtige. Dann verpasse ich es halt, wenn er dann dreht. Muss ich noch nicht mal verpassen, denn wenn er da hinten sowas macht, dann kann ich diesen Trade ja auf jeden Fall machen. Und wenn die sagen, nee, Rüdiger, das hast du jetzt völlig falsch verstanden, wir machen sowas, ja, dann weiß ich ja sowieso wieder, was sie wollen, nämlich vorläufig die Abwärtsrichtung. Achtet ein bisschen drauf. Dreiwellig ist häufig nicht die richtige Richtung, in die der Markt geht. A, B, C ist häufig nicht das, was nachher sich durchsetzt. Spätestens, wenn er dann diese Zwischentiefs bricht, habt ihr den Eindruck, ja, das wird wohl vorläufig noch nichts. Also insofern, ich bin noch verhalten optimistisch beim S&P. So richtig der Burner scheint das im Moment nicht zu sein. Wenn ich auf Nasdaq noch gucke, das ist noch das beste Bild, wobei auch der Nasdaq am Anfang das ziemlich verhunzt hat. Dann war auch hier so eine Pause und jetzt ist er noch relativ hoch. Da muss ich allerdings sagen, da halte ich mich jetzt nochmal vornehm zurück. Was mich jetzt mehr interessiert, für mich als Intraday-Händler, wäre das interessant, was passiert hier, denn er hat hier bisher eine sehr gute Geschichte gebracht. einen Schub nach unten. Wenn er jetzt A, B, C so halbwegs in die Mitte rein, nochmal einmal Fibonacci gezeigt, höchster Punkt, tiefster Punkt, er muss in diese Zone, also muss es, aber das ist das statistisch Sinnvollste, er geht in diese Zone rein und wenn ihr sagt, naja, da war er ja, ja, aber wenn ich ehrlich bin, so wäre es noch deutlicher, was er vorhat. Jetzt ist intern im 5-Minuten-Chart theoretisch das sogar, äh, im 1-Minuten-Chart tatsächlich so halbwegs korrektiv. Ihr seht das hier, das, 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 das. Also wer unbedingt schon will, kann es darauf anlegen, an der Stelle schon mal ein Short. Aber die Befürchtung besteht, dass der Kurs nochmal einmal hier reingeht und anschließend erst nach unten. Wenn ihr das aushalten könnt und sagt, naja, gut, ist egal, dann bin ich ja beim zweiten Versuch richtig, mache ich einen kleinen Minus-Trade, verpasse, und kriege nicht den großen Gewinn, mache ich den nächsten Trade, kriege ich den größeren Gewinn, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja, also hier würde ich noch am ehesten sagen, die Abwärtsseite. Ganz toll, auch die interne Struktur ist nicht, da ist der größte Knubbel ziemlich in der Mitte, da hat man ja schnell den Verdacht, wie ist das jetzt, dreiwellig, fünfwellig? Hm. Also ich bin noch relativ zurückhaltend, wenn ich aber irgendwas jetzt machen müsste und Gott sei Dank muss ich immer nicht, sondern darf ich immer nur, ist es so, dass mir der noch am ehesten hier ein Signal bietet, aber es scheint alles doch irgendwie eher Richtung Short-Richtung zu gehen aktuell. Über das Übergeordnete, über das Übergeordnete habe ich vor dem Wochenende ein bisschen was erzählt, das müssen wir nicht nochmal breittreten, guckt euch das Video gegebenenfalls nochmal an, wenn euch das interessiert. Ansonsten euch jetzt für den Nachmittag erstmal die besten Einsichten, Ansichten und natürlich erfolgreiche Trades. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße. nicht überrascht, auf dem Held da. Ich verrucke mir. Also hier,